Hallo liebe Klasse, die Euro 2016 ist leider Geschichte. Österreich ist gegen Island ausgeschieden. Das lag aber vor allem an einem Umstand, dass wir zwei Spielern von den Island nicht zeigen konnten, dass sie das nicht umsetzen dürfen, was in ihrem Namen drinnen ist. Zum Beispiel der Torhüter Halt Thorsson, ja der hat die Tore gehalten. Und der Stürmer Sieg Thorsson, ja der hatte beim 1 zu 0 sein Köpfchen im Spiel. Und Dragovic, der hat uns auch was interessantes gezeigt, ich habe es im Fernsehen eh schon richtig analysiert, nämlich, dass Elfmeter nicht zum Verwerten da sind. Und so sind jetzt Schöpfson, Almason und Brödelson leider ausgeschieden. Jetzt heißt es ein herzhaftes Au-Reservoir zu sagen an Frankreich, aber gleichzeitig sich seiner Stärken zu besinnen und seiner eigenen Söhne, nämlich, jetzt gehen wir es an, ich traue mich schon, schau was ich kann und natürlich ganz wichtig jetzt nach der Euro, scheißt ich nicht an. Und ich denke, mit diesen Söhnen können wir dann auch wieder gewinnen und, wer weiß, vielleicht können wir dann bald in Österreich kollektiv wieder sagen, ich werde narrisch so.